Buchs, St. Gallen, Gleis 7 Das Wetter ist ja mal recht schön. Das verspricht ein schöner Tag zu werden. Der Turm muss auch gut sein. Super! Auf geht's! Auf geht's! Auf! Jetzt muss es auch stehen. Habe ich noch arbeiten? Das ist der alte Salmweg vom Saavietal. Spannende Musik 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 Die restlichen 1,5 Stunden fahren wir im Savietal jetzt nach Tallinnkirch. Musik 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 Nach dieser kleinen Stärkung geht es jetzt endlich los, eine einstündige Auffahrt auf der Müllbus. Tommi hat von dieser starken Steigung 80% Fahrendschaft, da ziehe ich sicher den Hut. Die Helden der Berge Hier oben treffen wir noch ein paar Fideli Wanderer aus dem Gewanderland, die uns jetzt beneiden, wenn wir das Loch abholen. Wir freuen uns auf die Knie auf. Hier ist leider im Turm mit Luft ausgegangen, aber am falschen Ort an der Gabel. Nun sind wir im Walz angekommen ohne weiteren Probleme und den Spruch aus der Werbung kennen wir ja, das hast du dir verdient. Wir trinken aber kein Walzerwasser, sondern ein gutes Erdingerbier. Loser Rüsten Das ist schön, wie er hier ist. Das ist ein Fisch. Ja, ja, ja. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.